Was ist das erste Innovationsforum Spritzguss und Werkzeugbau in Schmalkalden 2016? Das erste Innovationsforum Spritzguss und Werkzeugbau in Schmalkalden 2016 geht im Moment gerade zu Ende. Bei mir stehen Veranstalter, Aussteller, Teilnehmer und ich will mal so eine kurze Feedbackrunde einholen. Ich fange mal beim Veranstalter an. Thomas, wie waren deine Eindrücke der letzten zwei Tage? Also ich kann es nicht verhehlen, es hat einfach nur Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, technisch im Detail abzutauchen und auf der anderen Seite hat es Spaß gemacht, viele bekannte neue Gesichter wiederzusehen als auch kennenzulernen. Also von daher von unserer Seite aus auf jeden Fall wieder machen. Okay, denn als Vertreter der Aussteller, Daniel, ihr wart ja schon öfters Aussteller hier bei verschiedenen Veranstaltungen in Schmalkalden. Wie hat es dir diesmal gefallen bei dieser Auftaktveranstaltung, bei der Premiere vom Innovationsforum? Ja, es war mal was anderes. Die Themen waren sehr fachbezogen, was für jeden, der hier war, sehr interessant war. Auch für mich muss ich sagen, man hat immer wieder was gelernt, was auch wichtig ist bei solchen Veranstaltungen. Abends sehr gutes Netzwerken, das ist auch sehr wichtig, wo man Leute kennenlernt, die man so sonst nicht sieht. Und wichtig ganz einfach, dass man auch immer dran bleibt beim Ball und auch hier sieht, was in der Szene passiert. Herr Meissner, Sie haben sich als Student hier, als Absolvent schon die Wochenenden mit Vorlesungen und Klausuren um die Ohren geschlagen. Was veranlasst einen jetzt so als Alumni quasi hier, sich nochmal ein Wochenende zu geben, um die alten Kollegen hier zu treffen? Ja, also von weg möchte ich erst nochmal sagen, dass das, was der Kessler gesagt hat, auf jeden Fall auch zustimmen kann. Denn es ist einfach so, dass es sehr gute Vorträge hier waren und es hat Spaß gemacht. Man hat gemerkt, die Leute haben mitgemacht, haben hinterher mitdiskutiert, abends die Abendveranstaltungen sehr gut. Und mich persönlich hat dazu bewegt herzukommen, dass ich sage, man muss einfach auch in solchen Veranstaltungen sehen, dass man am Ball bleibt, dass man Neuerungen oder neue Verfahren oder auch den Austausch mit den anderen suchen kann. Und ja, einfach auf Ballhöhe mit der Branche bleibt. Okay, dann würde ich euch dreimal auffordern zur kurzen Handbewegung. Wie hat euch die Veranstaltung gefallen? Daumen hoch oder runter zur Richtung Kamera? Ganz klar, daumen hoch. Schönes Wochenende. Dankeschön. Vielen Dank.